Auf dieser kleinen Insel ist es einfach, sich zu verlieben. Aber keine Rundevue ohne ein Geschenk. Guten Abend, Marcello. Für das Mädchen? Ist das wahr? Nennt man mich wirklich die atemlose Elena? Nur weil dein Anblick einem den Atem raubt. Nein, für den Vater. Für den Sohn eines Fisches ist es schwer, ein Geschenk für den Bürgermeister zu finden. Irgendwann bringe ich diesen Hahn um! Es ist an der Zeit, dass das jemand ändert. Ein schneller Junge, der voller Leidenschaft ist. Jetzt ist es am Marcello. Aber wir reden ja nicht vom Stählen, ne? Go, 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 Marcello. Run, 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 Marcello. Go, 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 go. Klatsch, ich will nicht mehr blicken! Run, 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 Marcello. Ich bin verrückt danach. Das nennt sich Rock'n'Roll. Ich hab jemandem ihre Schallplatten versprochen. Bist du denn völlig verrückt geworden? Weiches Atter. Du schaffst es wirklich, mir den Tag zu verderben. Wirklich süß. Du hattest recht. Ach, das erste Mal verliebt. Marcello, Marcello. Es ging um einen Traum. Ab 10. Juni im Kino.